Lass uns auch direkt in das heutige Video bzw. in den heutigen Newsletter reinstatten. Und zwar beginnen wir zunächst mal mit einer Preisprognose von Bitcoin, die ich auf Twitter gefunden habe. Danach schauen wir uns eine Analyse an, gerade was die Risk-Return-Ratio angeht, von verschiedenen Assets im Vergleich zu Bitcoin. Danach eine Statistik, die wiederum aussagt, dass wir womöglich bald eine Rezession sehen. Dann ein Update zu Aave, da gab es einen kritischen Bug, was das jetzt konkret bedeutet. Ein Zitat der Woche, wichtige Deadlines, das ist ab jetzt ein fixer Punkt, den ich zumindest bis zum Harbing-Event mit drin behalten werde. Und zum Schluss die letzten zwei Themen, wie immer gilt, alles ab meinem Portfolio sind nur Dinge, die ich in meinem Newsletter teile. Falls Sie das ebenfalls interessiert, einfach unten gratis eintragen. Und zwar zum einen ein Strategie-Update und andererseits auch ein aktuelles Beispiel, gerade was diese Trends angeht, nicht nur auf finanzieller Ebene, sondern auch in anderen Industrien. Dann lasst uns auch direkt mit dem ersten Punkt starten, mit der Preisprognose von Bitcoin. Und zwar ist die wiederum vom Chartanalyst Crypto.com, wo ich auch schon letzte Woche, beziehungsweise im letzten Newsletter was von ihm geteilt habe. Und er ist primär dafür bekannt, dass er im letzten Zyklus bei unter 10.000 Dollar eingekauft hat, bei 54.000 Dollar verkauft hat und dann wieder All-In gegangen ist bei 16.500 Dollar. Also vom Track Record her, das lässt sich definitiv sehen. Und zwar hat er mit seinem Trend-Pattern-Price-Model sowohl für diesen Zyklus als auch für den nächsten Zyklus eine Preisprognose bestimmen. Und zwar für diesen Zyklus, wie du es hier in diesem Chart siehst, wobei es hier auf diesem Chart relativ klein dargestellt ist. Aber wie immer gilt, unten ist der Newsletter verlinkt. Dann kannst du hier auf den Link draufklicken, dann siehst du das Ganze ein bisschen größer. Für diesen Zyklus geht er davon aus, dass wir mindestens 130.000 Dollar erreichen. Es könnte sich sogar ausweiten auf 145.000 Dollar. Und zwar bis zum 28. November 2025, plus minus 21 Tage. Und dann auch noch für den nächsten Zyklus, irgendwann 2029, wo auch von 170.000 Dollar ausgeht. Und zwar am 28. November 2029, also ziemlich genau auf den Tag, genau vier Jahre später. Und auch da plus minus 21 Tage. Jetzt was die Preisprognose für diesen Zyklus angeht, 2025. 2025, das halte ich vom Preis her, also diese zwischen 130.000 bis 145.000, halte ich definitiv für realistisch. Auch von der zeitlichen Dimension her, so irgendwann im November 2025, das passt meiner Meinung nach auch. Jetzt das IZ hoch von 229 hier mit 170.000. Das halte ich persönlich eher für ein bisschen zu pessimistisch, weil wenn es tatsächlich so wäre, wir gehen nur, also nur in Anführungszeichen, auf die 170.000 im Jahr 2029, dann würde das bedeuten, bei einem Preis zuvor bei 145.000, dass Bitcoin in diesem Zyklus darauf nur 17% ansteigt. Und 17% von einem All-Time-High zum nächsten im nächsten Zyklus, das ist aus meiner Sicht eher zu pessimistisch. Dann zum zweiten Punkt, der Risk-Return-Ratio. Und zwar habe ich da eine ziemlich interessante Analyse auf Twitter gefunden. Diese hier vom Director of Global Macro von Fidelity, dem drittgrößten Vermögensverwanderer. Und zwar siehst du hier in diesem Chart dargestellt, ich sag mal, die klassischen Investments, gerade was den Ertrag angeht zwischen 2020 und 2023 und was das Risiko angeht. Also hier X-Achse, das Risiko und Ertrag hier die Y-Achse. Und dann hast du hier noch als Benchmark, als Vergleichsmarke, die Inflationsrate, um einfach zu sehen, okay, welche Assets hatten denn vom Chancen-Risiko-Verhältnis beziehungsweise Risiko-Ertragsverhältnis, wie standen die da im Vergleich zur Inflationsrate. Und wie du hier in diesem Chart erkennen kannst, waren grundsätzlich die eher riskanteren Investments die, die auch tatsächlich die Inflationsrate in diesem Zeitraum outperformt haben. Also wo der Ertrag höher war als die Inflationsrate. Aber es gab auch beispielsweise hier Investments mit China, wo nicht nur das Risiko höher war, sondern auch gleichzeitig der Ertrag geringer. Das heißt, das war für diesen Zeitraum vermutlich eher ein nicht so gutes Investment. Wenn man jetzt allerdings in das genaue gleiche Chart mal noch Bitcoin hinzufügt, dann siehst du hier, und das ist auch das, was der Director of Global Macro von Fidelity auf Twitter gepostet hat, dass Bitcoin hier in einem komplett anderen Universum ist, weil du hier siehst, sowohl was den Ertrag angeht, allerdings auch was das Risiko angeht, dass da Bitcoin einfach eine komplett andere Kategorie ist. Jetzt aus meiner Sicht dieses Risiko, ob das wirklich so hoch ist im Vergleich zu den anderen Assets, das wage ich zu bezweifeln, aber in aller Regel ist es so, dass das Risiko von den ganzen Vermögensverwaltern primär dadurch eingeschätzt wird, wie volatil ein Asset ist. Und das ist ja auch das, was von den ganzen Mainstream-Medien so oft kritisiert wird bei Bitcoin, dass es einfach so stark schwankt. Aber genau das, dass Bitcoin so stark schwankt, das ist auch das, was aus meiner Sicht Bitcoin als Investment so interessant macht, wenn man eben diese Schwankungen gezielt ausnutzen kann. Dann zum dritten Punkt, auch jene Statistik, die nahe legt, dass wir höchstwahrscheinlich bald eine Rezession sehen. Und zwar haben wir uns ja bereits im letzten Newsletter eine Statistik angeschaut zur Zinskurve, wo wir gesehen haben, dass die, ich habe es mal genannt, die Uninversion, also das ist kein korrektes Wort, das gibt es nicht, das Wort, aber wenn eben die invertierte Zinskurve wieder nach oben geht, dass dann ja in aller Regel erst der, ich sage mal, Spaß beginnt, dass wir dann in aller Regel in der Vergangenheit eine stärkere Korrektur oder sogar einen Crash gesehen haben beim S&P 500 und auch mehrere Monate später meist eine Rezession. Und hier siehst du im Wesentlichen einen Chart, das was Ähnliches nahelegt. Und zwar siehst du hier die Arbeitslosenquote der USA, hier in schwarz dargestellt, in grau wie immer die ganzen Rezessionen und hier unten drunter der zweijährige Moving Average. Und wenn du dir mal hier die Vergangenheit ein bisschen anschaust, dann siehst du fast immer dann, wenn es vom grünen Bereich in den roten Bereich überging, war der Zeitpunkt, wo tatsächlich eine Rezession stattgefunden hat. Nicht immer, wie du es beispielsweise hier siehst, aber fast immer. Also in fast jedem Fall war es so, dass wir dann danach eine Rezession gesehen haben. Und seit letzter Woche ist eben genau das passiert, dass wir hier von diesem grünen Bereich in den roten Bereich gegangen sind. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wird das dieses Mal genau gleich sein oder nicht? Falls ja, da könnten wir uns jetzt demnächst tatsächlich schon in der Rezession befinden. Aber wie du es auch hier beispielsweise in der Vergangenheit siehst, ist da oftmals ein Time-Lag. Das heißt, es könnte auch sein, dass es noch mehrere Monate dauert, bis wir tatsächlich bei diesem Punkt ankommen. Dann ein wichtiges Update, was Aave angeht. Und zwar wurde da bei der Version V2, genauso wie bei der Version V3, weil V3 ja nur ein Fork ist von V2, da wurde eine kritische Sicherheitslücke über das Bug-Bounty-Programm gemeldet. Die DAO bzw. Aave hat auch schon die ersten Maßnahmen eingeleitet, damit das nicht exploitet werden kann. Und derzeit sind auch einige Funktionen direkt bei Aave eingefroren. Und du kannst meines Wissens nach beispielsweise Stand heute keinen Wort aufbauen, bis das Ganze dann wieder entfroren ist. Aber du bist beispielsweise jetzt nicht da mit den Funds gefangen. Du könntest jederzeit dein Wort schließen oder deine Funds beispielsweise abziehen. Da ich selbst ein Nutzer von Aave bin, bin ich unglaublich froh, dass das Bug-Bounty-Programm wirklich so attraktiv ist, dass es gemeldet wurde und nicht exploitet wurde, weil im Worst Case hätten die kompletten Funds auf Aave theoretisch weg sein können. Und gleichzeitig ist es auch so ein bisschen, ich sag mal, erschreckend zu sehen, dass es gerade bei Aave V2 so kommt. Aave V2, was es mittlerweile seit knapp zwei Jahren gibt, was einen komplett sauberen Track-Record hatte bisher, TVL in Milliardenhöhe und trotzdem, dass bei so einem Protokoll tatsächlich noch ein kritischer Fehler auftreten kann. Das ist, ja, also das Smart Contract Race sollte man einfach nie unterschätzen. Und auch wenn ich als User natürlich froh bin, dass in solchen Situationen tatsächlich die DAO gewisse Funktionen einfrieren kann, nicht alle, sondern nur gewisse Funktionen. Naja, so wirkliches DeFi sieht aus meiner Sicht einfach anders aus. Dann noch ein Zitat, was ich diese Woche in einem Podcast aufgeschnappt habe von Marc Jusko, wo er gesagt hat, If you wait to invest until you know what's gonna happen, it's already too late. That's why humans suck at investing. They only do one thing really well, they buy what they wish they had bought and they are spectacularly good at it. Also ich finde, das trifft wirklich auf den Punkt. Und hier noch zwei wichtige Deadlines und zwar zum einen das Bitcoin Harbing Event, was in ungefähr 164 Tagen ist und dann noch zusätzlich der potenzielle Bitcoin Spot ETF, wo es nur noch ungefähr 65 Tage sind bis zum 10. Januar. Also wie gesagt, ist ja nicht so, dass ich die Tage zählen würde, aber ich denke, das sind Deadlines, die sind definitiv so wichtig, dass die ab jetzt bis zum Harbing Event entsprechend hier in meinem Newsletter mit drin sind. Meine Portfolio und auch Strategie-Updates teile ich wie gesagt nur in meinem Newsletter, weil das mal an der Sicht einfach YouTube die falsche Plattform ist. Falls dir das ebenfalls interessiert, einfach unten gratis eintragen, dann bekommst du die ebenfalls zugeschickt. In dem Newsletter findest du zudem eine kleine Ergänzung zu meinem Video, was ich erst diese Woche hochgeladen habe. Sieben üble Trends, die der Staat dir verheimlicht. Und zwar eine Sache zum Nachdenken und auch andererseits einfach ein Paradebeispiel dafür, wie gewisse Industrien einfach versuchen, uns für blöd zu verkaufen. Und noch ein kurzes Update, was die Zinspolitik der Fett angeht. Und zwar ist es mittlerweile so, dass die erste Zinskürzung bereits am 1. Mai 2024 erwartet wird. Bis vor einer Woche war es noch der Juni. Jetzt wird es quasi vorverschoben. Und wenn man sich dieses Datum hier mal ein bisschen genauer anschaut, ja, so ungefähr zwei Wochen vorher findet das Harbing Event statt. Da kann man schon darüber streiten, ob das reiner Zufall ist oder ob da nicht die Elite tatsächlich irgendwas geplant hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017